Also meine Damen und Herren, es geht frisch rein in eine Über-Review, denn wir haben natürlich wieder mal nach One Piece eine weitere Live-Action-Adaption einer sehr bekannten Serie bekommen und zwar Avatar, der Herr der Elemente, Aang steht im Vordergrund. Das Ganze war uns natürlich schon länger bekannt, jetzt ist es endlich erschienen und es steht vor der Tür. Also acht Folgen auf Netflix sind da, ich habe mir alles angeguckt und möchte heute ein bisschen über diese Version hier sprechen oder Live-Action im Allgemeinen. By the way, gestern ist auch eine Meldung gekommen, eine News gekommen, was auch schon ein bisschen länger bekannt ist, dass das nächste Projekt ebenfalls vor der Tür steht, allerdings kein Netflix-Ding ist, sondern von Lionsgate glaube ich und zwar Naruto. Naruto wird nämlich einen Film bekommen, auch quasi als Live-Action-Adaption, da können wir ja auch mal sehr gespannt drauf sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erstmal vorab, bevor wir jetzt auf Avatar an sich zu sprechen kommen auf diese acht Episoden, ich möchte eine Sache sagen oder zwei Sachen sagen, einfach zum Vorwort, um das vernünftig einzuordnen. Erste Sache, ich bin kein Avatar-Experte, mein letzter Run von der Avatar-Cartoon-Serie ist über zehn Jahre her, ich weiß noch ungefähr, was der Plot ist. Erstes Buch Wasser, zweites Erde, dritte Feuer, ich weiß, wie es geändert ist, ich kenne die Charaktere, so ungefähr den Verlauf, aber so, was jetzt in der und der Folge passiert ist, weiß ich nicht mehr. Also es liegt deutlich zurück, wie das damals eben geschehen ist, von daher kann ich da jetzt nicht so den Fachmann hier in dem Segment spielen. Und zum anderen, was ich ansprechen möchte, ist die Erwartungshaltung, wie man hier an solche Live-Action-Serien geht. Ich habe gerade bei One Piece oder auch Avatar oder auch vielleicht zukünftige andere Projekte oft den Eindruck, dass Leute aus Prinzip diesen Dingern keine Chance geben wollen, weshalb ich mir die Frage stelle, okay, was erwartet man denn dann überhaupt? Also natürlich kann Live-Action-Vereine nicht sein, ich bin auch kein Fan an sich von der Idee, einen Anime oder in dem Fall von Avatar jetzt hier, den Cartoon, der sehr Anime-lastig aber funktioniert, den in Live-Action zu adaptieren oder umzuwandeln so mäßig, bin ich kein Fan von. Gerade der Kern dieser Serien ist ja sehr in diesem Segment Anime, Cartoon, Manga präsenter und funktioniert ja gerade nicht im Live-Action, weswegen man gewisse Dinge einfach abändern muss oder so oder die im realistischen Szenario nicht so eins zu eins übernommen werden können. Aber wenn man dem Ganzen eine Chance gibt und das ein bisschen anders einkategorisiert, dann kann das funktionieren, genauso auch wie bei der One-Piece-Live-Action-Serie und dass es das Original nicht übertrumpft, das sollte ja klar sein, das soll es ja auch gar nicht und dementsprechend gehe ich da auch nicht mit dieser Erwartungszeitung ran. Deswegen, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viel aus Prinzip gehatet wird, einfach weil es Live-Action ist und deswegen kann es ja nur schlecht sein und so möchte ich hier nicht sitzen und auch nicht über die Serie sprechen, weil ich denke, das ist nicht fair dem Werk gegenüber. Wie gesagt, ich habe alles gesehen und denke, ich kann mir da ein gutes Bild drüber machen, aber ich bin jetzt inhaltlich nicht in der Lore von Avatar so krass drin, ich habe auch Korra nicht gesehen oder so, dementsprechend kann ich da jetzt nicht den Fachmann raushängen lassen. Also bin ich da, was das betrifft, vielleicht nicht der Experte und ihr müsst da vielleicht auf andere Leute vertrauen. Meine Sicht also etwas unvoreingenommen, völlig neutral würde ich sagen, genauso wie bei One-Piece auch und dementsprechend denke ich, ich mache das hier schon alles richtig. Kommen wir erstmal zum Cast und da sage ich ganz ehrlich, da gibt es größtenteils eigentlich nichts zu meckern, meiner Meinung nach. Ich fand Aang sehr gut, also der hat den sehr gut verkörpert, so stelle ich mir Aang im Live-Action eigentlich vor. Also ich würde an der Stelle keinen besseren dafür finden, ich fand, der hat den gut verkörpert oder gut adaptiert. Ich möchte gleich noch zu den Netflix-Änderungen kommen, die inhaltlichen Änderungen, aber jetzt erstmal nur Cast. Ich fand, Aang wurde gut als Aang rübergebracht, der hat sein Drama, seine Konflikte gut rübergebracht, sein Trauma sozusagen von diesen 100 Jahren, ich fand das spitzenmäßig. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann in der Form, ist die Connection oder die Charakterinteraktion mit Katara. Die waren nicht wirklich vorhanden oder zumindest nicht so ausgeprägt wie in der Cartoon-Serie. Von daher, das ist auch etwas, wo ich sagen würde, das fand ich nicht gut an der Serie, aber Aang selber hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir zu Katara, die mochte ich überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, es gab ja im Vorhinein irgendwelche Probleme oder irgendwelche Dinge, die angesprochen wurden in Bezug auf ihren Charakter-Arc, dass sie irgendwie nicht so ganz das zeigen soll wie in der Cartoon-Serie. Wie gesagt, ich bin nicht krass im Thema drin, aber ich fand, sie kam nicht wirklich als Katara rüber. Für mich war sie eher so ein kleines Mädchen, das so eine Supporterrolle eingenommen hat, anstatt richtig offensiv zu agieren. Also im Wirklichen hat sie eigentlich nicht davon profitiert, dass Netflix hier diese Serie gemacht hat. Ich fand, sie war eine richtig schlechte Katara, die hat mir gar nicht gefallen. Auch ihre Mimik, ihre fehlende Interaktion mit Aang hat überhaupt nicht gefittet, hat nicht gepasst. Sie war meiner Meinung nach der schlechteste Charakter in der Live-Action-Adaption. Ich fand sie schrecklich. Jetzt kommt vielleicht ein Hot-Take, das weiß ich nicht, das können Leute anders sehen, ist mir egal. Ich fand Sokka hervorragend. Auch wenn er gewisse Dinge nicht verkörpert hat, die ihm in der Cartoon-Serie vielleicht zu dem gewissen Charakter-Arc verholfen haben, also sein Development, was ja vorhanden ist oder was er durchmachen sollte, was hier nicht wirklich thematisiert wird in der Serie, fand ich, war er sehr erwachsen, sehr reif und das hat mir sehr gefallen. Generell die Tonlage in der Netflix-Serie ist sowieso viel ernster als im Cartoon. Also an Humor spart man so ein bisschen, was ich einerseits gut, aber andererseits auch wieder schade finde, weil das auch ein bisschen der Charme von Avatar irgendwie immer war, dass man auch einen gewissen Humor immer gesehen hat. Und der Humor, der hier in dieser Netflix-Serie drin ist, der ist ein bisschen auf Krampf. Also da hätte man den Live-Action-Zocker schon ein bisschen mehr in Richtung Cartoon-Zocker lenken können, aber insgesamt fand ich diese Interpretation auch stark. Er hat mir gut gefallen, er hat gut performt und ich finde, da kann man auch nicht meckern. Ebenfalls ein Hot-Take und das muss ich ein bisschen weiter ausformulieren, waren diese beiden Charaktere hier. Einmal Zuko und Iroh. Iroh hat für mich die beste Rolle in der Live-Action-Serie gehabt. Der hat sehr gut diesen Charakter verkörpert, mit eigentlich am besten, also vielleicht die beste Rolle in der Live-Action-Serie. Und jetzt kommen wir zu Zuko. Zuko hatte in der Live-Action-Serie einen etwas weinerlichen Type of Character. Ich hatte den Eindruck, er kommt nicht so rüber wie in der Cartoon-Serie oder zumindest von dem, wie ich es noch retrospektiv in Erinnerung habe. Ich denke, er hat nicht so richtig dieses rachsüchtige Verlangen, wieder seine Ehre wiederherstellen zu wollen, wie in einem Cartoon. Das kommt hier nicht so krass rüber. Ich finde, da wirkt er eher wie so ein weinerliches Kind, das traurig ist und auch eher die Connection zu Ahn und den anderen leichter schnüren kann, als in der Cartoon-Serie, wo das erst in späteren Staffeln passiert, so mäßig. Ich muss aber sagen, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnen können und es hat mich nicht besonders gestört. Also ich mochte die Interaktionen zwischen den beiden Charakteren doll und ich mochte auch diese gewisse neue Interpretation oder neue Connection zu Angst-Gruppe oder dieser schnelleren Connection zu dieser Hauptgruppe, dass Zuko schneller gewisse Motivationen finden kann, als es jetzt in der Cartoon-Serie der Fall ist, wo das Ganze ein bisschen mehr Zeit benötigt, dass sein Charakter sich weiterentwickeln kann, wie gesagt. Also ich habe den Eindruck, in der Netflix-Serie hat man das Ganze ein bisschen gerusht oder auch nie wirklich gänzlich gezeigt, dass er eben dieser verhasste Zuko ist, der unbedingt den Avatar finden will. Hier wirkte er eher mehr so wie ein verzweifelter Zuko und ich muss sagen, das kann man kritisieren, das verstehe ich auf jeden Fall, aber mich hat es nicht wirklich gestört, weil das in dieser Netflix-Serie gut gepasst hat und sich das gut ergänzt hat mit anderen Charakterinteraktionen. Von daher, ich mochte diesen Zuko, versteht mich nicht falsch, ich mochte ihn, aber er war schon anders als der Zuko in der Cartoon-Serie. Ich denke, so kann man das am besten sagen. Kommen wir zu einem weiteren guten Aspekt und zwar die Kampf-Szenen, beziehungsweise den Look overall, vielleicht CGI und diese ganzen Aspekte. Fand ich sogar besser als in One Piece, sage ich ganz ehrlich. Also die Bändigungs-Szenen, die Geschöpfe teilweise, also diese große Eule oder Appa oder Momo. Ich bin ja noch skeptisch, wie sie das mit Chopper machen in der One Piece-Live-Action-Serie bei einer zweiten Season, ob das gut aussehen wird. Aber hier an der Stelle, sage ich ganz ehrlich, Appa und Momo und diese Eule und andere Geschöpfe mit diesem Vieh. Ich glaube, Crow hieß das mit diesen tausend Gesichtern oder so aus dieser Geisterwelt. Das sah alles stabil aus. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie wack aussah oder überhaupt nicht ging oder eine Katastrophe war. Gar nicht. Also das war völlig in Ordnung, das konnte man sich gut geben. By the way, möchte ich auch wirklich nur nochmal daran erinnern, wie der damalige Avatar-Movie Bändigungs-Szenen oder Kampf-Szenen gezeigt und visualisiert hat. Und wie das hier in dieser Netflix-Serie am Start war. Also das ist schon ein Weltenunterschied. Ich denke, das brauche ich keinem erklären. Kommen wir zu etwas, wo ich nicht wirklich eine Meinung zu habe. Ich bin offen für Änderungen. Also ich lasse mich gerne darauf ein. Wenn die funktionieren, dann alright. Wenn die nicht funktionieren, Arschritze. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Finde ich weder gut noch schlecht. Habe ich nicht wirklich eine Meinung zu Jet kommt beispielsweise vor. Zu einem Zeitpunkt, wo er gar nicht vorkommen sollte. Auch dieser andere Charakter in dem Rollstuhl. Ich glaube Theo oder so hieß der. Der kam auch vor. Bei der Zeitgleich sogar, was nicht wirklich zur Cartoon-Serie passt. Aber da muss man sich natürlich auch immer vor Augen halten. Will das jetzt eins zu eins die Cartoon-Serie adaptieren oder will das eine eigene Interpretation sein? Wisst ihr, wie ich meine? Also da muss man auch ein bisschen differenzieren können. Und ich versuche das an der Stelle. Ob das jetzt inhaltlich besser ist oder schlechter ist, das müsst ihr entscheiden. Das kann ich nicht entscheiden. Da bin ich zu wenig im Avatar-Wurst drin. Aber ich fand es sogar ganz okay, wie sie es gemacht haben. Ich hatte da jetzt nicht den Eindruck, dass das alles voller Plotholes gewesen wäre. Kommen wir zu dem schlimmsten Aspekt der Serie. Meinem größten Kritikpunkt der Netflix-Serie von Avatar. Den habe ich gerade schon mal ein bisschen erwähnt. Und zwar die Interaktion zwischen Aang und Katara. Ich mochte Katara überhaupt nicht. Ich fand die sehr wack. Die hat mir gar nicht gefallen. Und Aang und sie wurden nicht wirklich richtig gut miteinander dargestellt. Ich hatte auch den Eindruck, dass Aang in dieser ersten Season gar nicht wirklich Wasserbändigen lernt. Sondern mehr wie ein Mentor für Katara wirkt. Was ich nicht verstehe. Sollte es nicht eigentlich andersrum sein? Sollte sie nicht eigentlich ihn belehren? So mäßig. Ich meine, dass sie am Anfang von Avatar auch noch nicht so ultra krass ist. Und beim nördlichen Wasserstamm da ja auch ein bisschen was lernt und so. Also okay, das ist ja klar. Aber es war hier nicht wirklich zu erkennen, dass Aang zumindest das eine Element Wasser lernt. Und das fand ich ein bisschen schade. Weil man gar nicht auf diesen Punkt so richtig gekommen ist. Dass er jetzt anfängt die anderen Elemente mal zu lernen und zu kontrollieren und zu beherrschen. Das fand ich ein bisschen wack. Ein anderer Charakter wurde ebenfalls nicht so gut behandelt. Und zwar Bumi. Hier kann ich verstehen, dass man das völlig zu Recht kritisiert. Weil der Charakter in der Live-Action-Version als Arschloch abgestempelt wurde. Und im Cartoon eher sogar das komplette Gegenteil war. Bei Sokka beispielsweise stört es mich nicht. Da hat er ja relativ gut gefittet. Nur so dieser gewisse Humor, dieser gewisse Charme hätte an gewissen Stellen noch mal ein bisschen mehr da sein können. Aber insgesamt mochte ich die Interpretation von einem Sokka. Aber Katara war gar nicht Katara. Und Bumi beispielsweise war auch gar nicht Bumi. Was die Locations und die Kostüme und die ganzen Nebencharaktere betrifft, fand ich für das Setting, für das, was es sein will, völlig in Ordnung. Völlig alright. Das hat mir gut gefallen. Es gab ein paar Extraszenen mit Avatar Kyoshi, glaube ich, hieß sie. Das war cool. Das mochte ich. Und war ein bisschen badass. Aber ist, wie gesagt, inhaltlich auch ein bisschen abgeändert. Wie gesagt, wer da eine 1 zu 1 Adaption erwartet, der kann auch direkt beim Cartoon bleiben. Ich finde, das ist einfach etwas, da muss man differenzieren können. Und man kann in gewisser Weise Charaktere miteinander vergleichen und sagen, ey, der ist nicht so wie im Original. Aber ich finde, in gewisser Weise sollte man auch offen für ein paar Veränderungen sein. Außer man lehnt Live-Action generell ab, was ich verstehen kann. Dann ist aber generell Live-Action im Allgemeinen nichts für euch. Also das sollte ja klar sein. Ich weiß nicht, ob im ersten Buch Azula vorgekommen ist. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, sie kam erst im zweiten Buch vor. Und ich muss sagen, Azula stabil. Hat mir auch gut gefallen. Ich mochte generell die gesamten Feuernationscharaktere. Nur die Soldaten der Feuernation, die sahen ein bisschen weird aus. Also mit ihren Klamotten und ihren Helmen und so. Ich fand, das war ein bisschen wack auf jeden Fall. Aber auch an der Stelle keine Vollkatastrophe. Azula hat gut gefittet. Ich mochte das. Ich mag ihren Look. Ich mag ihren Vibe, ihre Ausstrahlung. Das hat ein bisschen den Azula-Vibe vielleicht nicht so überaggressiv. Vielleicht eher so passiv-aggressiv. Aber das mochte ich auf jeden Fall. Es hat gut gefittet. Und war vielleicht auch eine gute Idee, das hier in der ersten Season mit einzubringen. Damit man halt einfach diese Gegenüberstellung von Suku und Azula hat. Und man auch mitbekommt, wie da die andere Front so ein bisschen aufgestellt ist. Also ich kann da nicht meckern. Mir hat das gut gefallen. Ich kann jetzt noch über Feuerlord Ozai sprechen. Oder über Zhao. Fand ich auch in Ordnung. Kann ich nicht so viel zu sagen. Insgesamt hatte ich meinen Spaß mit der Serie. Die deutsche Vertonung hat natürlich ihr Bestes dazugegeben, dass man so diesen alten Avatar-Vibe einfach bekommt. Also die meisten Stimmen sind ja einfach übernommen worden, was ich ganz cool finde auf jeden Fall. Ja, insgesamt sage ich ganz ehrlich, mein Fazit zur Avatar-Live-Action-Serie ist eigentlich die gleiche wie bei One Piece. Das kann man völlig schauen. Also das ist völlig watchable. Das ist völlig in Ordnung. Das ist keine Katastrophe. Das ist nicht so ein Ding wie, weiß ich nicht, Dragon Ball Evolution oder der Avatar-Film von vor 20 Jahren oder wann der kam. Das ist gar nichts in dieser Richtung. Also Live-Action geht schon in eine bessere Richtung die letzten Jahre. Ich kann verstehen, wenn man den Grundgedanken prinzipiell ablehnt. Da bin ich sogar teils an Bord, weil Anime sollte Anime bleiben. In dem Fall halt Cartoon, Cartoon. Es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde, da macht man nichts falsch mit und es ist vielleicht auch ein erster Punkt, eine erste Anlaufstelle, um das Avatar-Franchise wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Ich habe gesehen, nächstes Jahr soll ein Film rauskommen, ein animierter Film, einfach um die Fanbase wieder ein bisschen in die Höhe zu pushen oder generell ein bisschen mehr Leute Avatar schmackhaft zu machen, so mäßig. Ich finde, dass vielleicht einige mit dem Cartoon anfangen, wie bei der Live-Action-Serie von One Piece, Leute mit dem Anime oder mit dem Manga angefangen haben. Ich denke, da wird das Original ja sicherlich von profitieren können. Ich sage ganz ehrlich, wer da aus Prinzip hatet, der sollte generell von Live-Action seine Finger lassen, weil das ist das Beste, mitunter das Beste, was du in der Form kriegen kannst. Ich finde, wir haben keine anderen positiven Beispiele für so etwas in dieser Richtung. Da haben wir nur One Piece oder Avatar, die mit gutem Beispiel vorausgehen, so mäßig. Wer auch das ablehnt, kann das gerne tun. Es soll natürlich nicht das Original übertrumpfen, das sagt keiner. Ich finde, das kann man sich voll und ganz anschauen, das ist völlig in Ordnung. Und an der Stelle, ja, kann ich den Hate nicht nachvollziehen. Ich finde, das war völlig in Ordnung und eine eigene Interpretation und Veränderungen sind okay in dem Aspekt. Niemand nimmt euch das Original weg an der Stelle, aber man muss auch so erwachsen genug sein, das voneinander unterscheiden zu können und differenzieren zu können. Ich habe gehört, dass die Original Creator davon abgesprungen sind. Ist natürlich schade. Gewisse Veränderungen haben vermutlich dafür gesorgt, dass die nicht mehr an Bord sind. Das ist natürlich mies, aber wie gesagt, ich bin offen für Veränderungen. Ich kann natürlich nur aus meiner Sicht sprechen, mir hat die Umsetzung gut gefallen. Ich werde wahrscheinlich auch eine Fortsetzung davon schauen, also wenn eine zweite Season kommt oder so. Und dann kann man ja immer noch weiterschauen, wie sich das dann in der Zukunft weiter verhalten wird. Ich sage nur Witcher, ne. Also Witcher erste Season war auch krass. Und dann, wie es weitergegangen ist und jetzt später mit Season 4 weitergehen wird, ist eine Vollkatastrophe. Also von daher, Live-Action immer mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, definitiv. Das weiß ich auch. Und da bin ich definitiv der Erste, der da sagt, ey, das brauche ich eigentlich nicht prinzipiell. Aber ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance, eine faire Chance. Und ich finde, das ist völlig fair, vielleicht bei einer 7 von 10 anzusiedeln. Also genauso wie bei One Piece auch. Ich würde hier in dem Fall auch wieder sagen, das ist eine 7 von 10. Das ist watchable. Der Mainstream kann sich das 100% geben. Der eingefleischte Avatar-Fan könnte eigentlich nichts Besseres im Live-Action erwarten, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn er inhaltlich auf gewisse Dinge achtet, dann ist das vielleicht nichts für ihn. Ja, also da muss man schon ein bisschen abwägen können oder differenzieren können. Das richtig einordnen können einfach. Also, Fazit. Ich finde den Hate nicht gerechtfertigt. Ich fand, das war eine stabile Serie. Aber es ist natürlich nicht flawless. Es ist natürlich nicht makellos. Es macht natürlich einiges falsch oder hat auch Fehler. Genauso wie die One Piece Live-Action-Serie. Und da kann man nur drauf hoffen, dass das nächste große Projekt, nämlich Naruto, vielleicht in die gleiche Richtung gehen wird. Vielleicht wird das die absolute Vollkatastrophe. Und wir können dann glücklich darüber sein, dass Avatar und One Piece entstanden sind, die mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Und Naruto versucht das gleiche zu tun und dann einfach nur am Reinscheißen ist. Also ich bin mal gespannt, wie Naruto sich schlagen wird in der Zukunft. Also, das wäre es von meiner Seite aus zu dieser Thematik gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zur Live-Action-Serie von Avatar unten in den Kommentaren da. Wie fandet ihr das? Könnt gerne so oder so schreiben. Also, ich kann ja auch auf jeden Fall beide Seiten verstehen. Live-Action ist immer ein bisschen so eine Sache. Lasst mir gerne alles Weitere unten in den Kommentaren da. Und natürlich vielmehr für den Support. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.